Ich glaube ich habe jetzt noch viel zu viel gemacht, wir brauchen ja nur 6. Hallo und herzlich willkommen zur 144. Folge Minecraft Vize-Biest auf dem Multiplayer-Server. Ja, wir hatten bei der letzten Folge so ein bisschen das Problem, dass es fürchterlich gelackt hat. Ich hoffe, ich habe das Problem jetzt aus der Welt geschaffen. So wie es aussieht, war es wohl so, dass meine Leitung irgendwo so ein bisschen gehakelt hat. Der Ping war also saumäßig und es ist ja nach dem Router Neustart, denke ich mal, sollte das jetzt funktionieren. Wow, wir haben Diamanten gefunden. Cool. Ja, das sieht doch schon ganz anders aus. Gut, das haben wir alles weg. Dann sammeln wir den Rest noch ein. So, das kommt da hin, das kommt da hin, das kommt da hin, das kommt das mal da hin. Und dann nehmen wir das raus, dann kann der nämlich mal das auffüllen, nach unten hin. Das kann auch weg, können wir das schon mal wegbringen, der kann das alleine auffüllen, dann brauchen wir nicht dabei sein. Ja, etwas andere Geschwindigkeit jetzt, als was wir vorher hatten. So, was haben wir denn hier schönes geschmolzen? Silber. Okay, ich weiß gar nicht, wann ich das reingepackt habe. Ach, nee, ich konnte mich eben, sorry, ich konnte mich eben daran erinnern, an das, was ich zwischenzeitlich gespielt hatte. Weil da hatte ich dann mit einmal da Blut drin. Ähm, ja. Was hat er? Also irgendwas ist jetzt hier eben schief gelaufen. Wieso habe ich jetzt hier 45? Äh, ich habe doch Schieten komplett abgeschaltet. Wie kann das sein? Ich denke mal, das war irgendein Programmfehler. Egal. Egal. So, was brauchen wir? Wir brauchen... Pflanzer. Pflanzer. Auf jeden Fall sechs Stück. Nee. Ähm, ich denke mal, ich denke mal, ich habe hier irgendwas umgestellt. Ich habe hier irgendwas umgestellt. Ja, alles klar. Aus dem... Spiel zwischendurch, weil da habe ich natürlich nicht alles gefarmt, sondern da habe ich dann schon mir die Sachen einfach geholt. Ja, ist jetzt wieder beseitigt das Problem. Ist wieder zurückgestellt. Nein, das wollte ich nicht. So wollte ich, genau. So, wir brauchen sechs Stück, haben wir gesagt. Das heißt, wir brauchen hier sechs Stück von... Sechs Gold und zwölf... Ähm, zwölf Riss. Zwölf Riss. Zwölf Riss. Genau. Dann haben wir nämlich auf jeden Fall schon mal... Diese komischen Routen... Komischen Routen... Na, diese sechs Stück, die wir da brauchen... Nee, doch, da wir bleiben. Ähm, die haben wir. Dann brauchen wir Kupferzahnräder. Steinzahnrad... Steinzahnrad... Und Kupfer... Oder aber... Kupfer und Eisen in der Mitte. Geht schneller. Geht schneller. Nein. Das heißt, da brauchen wir zwei, da brauchen wir zwölf. Das heißt, zwölf mal... Eisen... Eisen... Das heißt, das ist nicht so schön... Das heißt, das ist ein bisschen zu spüren. Das ist echt so schön. Das ist echt so schön. Das ist nicht so schön. Das ist nicht so schön. das ist jetzt definitiv zu viel aber ich habe ihm auch nicht einfach einfach nicht mit gerechnet ich habe es ganz einfach ganz einfach so gemacht so und es kommt dann ganz einfach wieder zurück was soll es so als nächstes brauchen wir für den pflanzer die reihe haben wir kolben das heißt holz eisen redstone und pflasterstein dass das nennen wir mal komplett und jetzt genau so viel die können wir auf jeden fall schon mal so machen die brauchen wir dann irgendwann dass das wir brauchen 24 kolben ok das heißt wir brauchen jeweils noch mal 7 hier pflasterstein immer komplett das egal eisen wo am eisen ein blog und redstone 7 hat mal gesagt naja gut so das haben wir das haben wir auch dass das kann weg 24 stück das nächste für den pflanzer ist 24 plastik folie 24 durch 4 macht 6 sechs mal gummi 24 die müssen wir brennen hier haben wir schon mal stein den brauchen wir dann später auch noch aber erst mal hier rein damit wir alles schön zusammen haben da kommt es das muss gebrannt werden da kümmern wir uns jetzt erst mal gar nicht weiter drum sondern wir gucken was wir noch brauchen 12 hiervon da sind ziegel dafür brauchen wir tun 3 das heißt 12 mal 30 36 hier kriegen wir vier stück draus neun stück brauchen wir dann davon denke ich mal da kommt es ja das extreme lang ist auf jeden fall weg ist es schon mal viel wert so da müssen wir jetzt ups nein nicht wegschmeißen so da muss ich jetzt mal gucken nein das nicht das 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 kriegen wir aus ton schlag ach ja der extraktor macht das ok der macht da wieder vier stück draus da brauchen wir noch ein bisschen was was brauchen wir hierfür ein zinn zahnrad 48 eisen und 48 glas das Was mache ich denn hier? Ein Stack wollte ich haben. Glas sollte da sein, genau. 27. 25. 45. 54. Das gleich wieder weg. Das ist auch wieder weg, dann haben wir das schon mal. Wie weit ist er hier? Der braucht noch einen Moment, der ist fertig. So, da haben wir 24 Stück von. So, jetzt haben wir 36. Ja, genau. Und die müssen wir jetzt brennen. Ähm, was brauchen wir noch? Das Eisen, 10 Zahnrad. Da brauchen wir 12 Stück, 12 mal Eisen. 9, 10, 11, 12. So. Und 48 Zinn. 18, 27, 36. Da müssen wir 5 nehmen. Ähm, eigentlich brauche ich nur 12 davon. Wie geil. Wie geil jetzt. So. 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 für noch mal 13 da kommt es angeschwört 12 zahnräder das die drei noch zwei noch einer ich glaube ich habe jetzt noch viel zu viel gemacht wir brauchen ja nur sechs egal jetzt haben wir material für zwölf wir brauchen ja auch noch den ernt da vielleicht haben wir das wird dann auch noch davon was brauchen gut wir erst mal das ding bauen von diesen zellen brauchen auf jeden fall zwölf wie gesagt die ernte die brauchen wir auch so nun kommt das sechs stück davon 666 66 und wir haben sechs pflanzer sehr schön den rest den schicken wir gleich mal erst mal wieder ins lager und wie es dann weitergeht das seht ihr in der nächsten folge schön dass ihr da wart mich würde es freuen wenn ihr beim nächsten mal wieder mit dabei seid lasst einen daumen da einen kommentar vergesst das abo nicht bis dann tschüss das 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 Vielen Dank.